wenn du hast die haare schön okay dann müssen wir wieder ein stück laufen nach hinten falsche richtung glas erstmal den skin wieder annehmen das heraus was im inventar ist habe ich gerade wieder aufgemacht wir können eigentlich wieder direkt zu der einschleuchte zurückgehen doch nicht schneller ist nicht schneller jetzt weil wir schon gekillt haben hier nicht mehr okay dann müssen wir den anderen oder wir travel einfach mal da durch dahinten und kommen dann wieder zurück dann respawn die eigentlich welche soll drüben auch ein job wir müssen mal zudem was weht du zum url viel glück aber das sagt er in dem teil nicht mehr herzlich willkommen kunde auf jeden fall an raketen kaufen zu dürfen also ich habe schon raketen weiß nicht warum du keine kaufen darfst ja ich habe ja auch nur die raketen die im raketenwerfer schon drin waren ja auch nicht ich darf noch vier mal schießen so ist nicht das zeige ich an anzeige ist raus so ist er zu respawn hallo nein okay okay dann gehen wir mal zu den anderen Fugen ich will ich ja nicht oder was ist da in die luft geflogen ach hab noch was in die luft gejagt also wie immer genau so weiter sie in gta wenn du mich suchen willst folg ab der spur der verwüstung ich muss jetzt irgendwie an den einen schwarm denken wo ich ein raketenwerfer mal reiche vollstrafe blatt ja wie die leichte auf dem boden aufklatschen ne? ne meine waffe war leer und eine die letzte kugel hat getroffen dann hat er die waffe geschmissen und dann war das ficht tot durch den wurf der waffe was geht das für dich auch aber solche waffen mag ich nicht, die man einfach pickpürfen und dann nachladen ich kündige schon mal an, danach ist meine energie depleted ich muss meinen rahmen ablassen bei mir waren wahrscheinlich wieder solche clowns, dass man die einmal wegnehmen könnte, wenn man sie weg jetzt sie haben sie haben sie 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 Natürlich. War das der Brustfalt? Ja. Lass mir da nochmal hin. Weil die jetzige Quest die Fälle da holen. Laufen wir überhaupt richtig? Ja. Also wir sollen hier nochmal hin oder was? Ja, ja. Das ist schon richtig. Oh, keine Emission mehr. Jetzt schon? Keine Energiewaffe, die ich hab... Achso, ich dachte Energie im Sinne von nach der Quest will ich schlafen gehen. Ja, das meinte ich außerdem. Wow. Aber von meiner MG, die ich noch dabei habe, das ist eine, die schmeißt man, wenn die leer ist, ne? Ah. Die Munition ist schon leer. Deswegen bin ich ja nicht so ein Fan von diesen Waffen, weil wenn du die wegschmeißt, dann schmeißt du ja noch den Rest vom Magazin weg, wenn du sie wirklich nicht leerballerst. Wenn ich selber Ding ins drücke, ja. Reload. Ihr müsst einfach vom Boot springen in Richtung Mia, dann kommt ihr zur Quest. Ja, für mich kontraproduktiv. Super, er ist geschwächt. Gib ihm im Nahkampf den Rest. Ach, ja. Wir dürfen die Abknappe, wir müssen die anschwächen und dann im Mili. Uuuh. Aber die ganze Zeit, Mili. Nein. Wenn wenigstens eine ist, die vulgär ist, dann würde ich ja nochmal drüber reden. Stecke sie mich rein. Stecke sie sonst woher sind. Du hast jetzt genug Füll. Bring es her und meine Sniper-Rifle gehört dir. Ich will die Sniper. Ich will nicht auf ihn, weil mir die Fälle und ich gebe dir eine Schwulflitte. Ich brauche keine Schwulflitte, ich habe schon eine. Ich würde auch die Sniper annehmen, einfach weil. Also, sind wir uns einig, dass wir uns einig sind. Ausnahmsweise sind wir uns mal einig, ja. Ja. Warum kann man jetzt nicht fasttraveln? Einfach, ne? Egal wo man ist. Ja, weil es wollen zwei jetzt. Ich bin irgendein modischen Neuspiel, wo halt das Gangon gäbe, dass du egal von wo fasttraveln kannst. Selbst wenn du mitten in der Luft bist. Damit du dran bleibst. Mahlzeit. Ich glaube, Hammer lag dir auf den Näher dran, da ist ein fucking Claptrap. Ja, der ist auch ein Sanctuary mittlerweile. Okay, aber trotzdem. Ich brauche die Schwulwende nicht. Ja, genau. Es bleibt allein im Eis. Hab dich ja voll gelohnt. GG! Doomfraider. Grabräder. Ich habe einen Geldschein gefunden. Du hast einen Geldschein gefunden. Gefunden. Das ist auch von Colton River. Übersetzte Filmtitel. Mhm. Ähm. Hä? Der soll hier sein? Die ist noch ein Sanctuary. Jojo? Really? Nichts. Menü. Why? War ja der Gauri nochmal Muni gekauft. Ja, habe ich. Siehste so. Hatte ich doch recht. Hammerlock ist, glaube ich, da hinten. Ja. Da spielen wir die Hälfte. Ich denke, man wird zwar schon nicht die Abfall sein, aber aus Prinzip. Trillionen Dank, Kammerjäger. Dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch, Moxie. Hallo, Moxie. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropfen? Erstmal wieder Zoom. Ah, falsche Waffe. So. Jetzt Zoom. Hello. So. Die Pflicht auch getan. Keine Granate. So. Ähm, ja. Alter, der will ja Feierabend machen. Mhm. Meins. Wir kriegen ja eh alle Geld. Oh, Lucky. Oh, ja. Raketenwerfer? Sniper. Oh, Sniper. Oh, Sniper. Mann, ich will in den Dresen. Sniper von ihm ist scheiße. Als ob man da jetzt nicht durchkommen würde. Wie kommt sie überhaupt da raus? Steigt sie da auch einfach drüber, oder was? Ich sehe jedenfalls hier nicht so eine Klappe, die sie hochmachen kann bei der Theke. Ja, eben. Oder es ist für Emon ewig verdammt da hinten zu bleiben. Äh. Kate. Es hat eine Mu... Warum hast du einen Mundschutz auf? Ja, ist hier auch Corona, oder was? Ich stand voll auf Kyle auf dem ersten Album von Moderation, bevor sie groß rauskam. Alter, das interessiert keine Sau. Was ist da gerade in die Luft geflogen? What the fuck? Ähm. Ach, du warst das. Darf ich schon wieder jemand hier eine Granate bekommen? Ähm. Hier spielt jemand Dart mit Messern. Und kann nicht zielen. Es ist ein Kollege dran. Nichts umsonst nicht, weil mich den gelben Dack. Das war ja mal komplett daneben. Gelben Dack, du triffst nicht mal ins Gelbe, du... Keck. Keck. I want to play. Fucking Mommies. Fucking Mommies. Fucking Mommies. verpissen soll oh die Pistole ist gut hoho nice ne Pistole, ne gute ich mach mich unsichtbar gut, dann äh verlassen weil ich ja noch bin oh Gott oh Gott oh Leben bitte lasst mich sterben ohhhh ne ich muss dich einfach kurz strecken halt ne oh 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 oh